So, hier ist er doch. FDP. Wo muss ich den Nachruf jetzt reinstecken? Technisch, Kollegen? Völlig zu Recht und alles andere als unerwartet, nach langem Sichtum ging sie von uns. Die FDP. Eine moderne Partei. Immer offen für häufig wechselnden Koalitionsverkehr. Bei großen Staatsmännern, deren Entscheidungen mal gut überlegt. Hoch auf dem gelben Wagen. Und mal weniger gut überlegt waren. Das ist heute Ihre Ausweisung. Doch ein tragischer Zwischenfall. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Ressi fiel zu spät aus ihrem noch viel zu jungen Leben. Die Trauerfeier fand bereits in einem sehr, sehr, sehr kleinen Kreis statt. Die anschließende Urnenbeisetzung ist dann für kommenden Sonntag in Berlin geplant. Unsere Gedanken sind bei den Hinterbliebenen. Oh, es geht. Alles gut. Ja, wir werden Sie nicht vergessen. Und wie sagt man, wie sagt man im Ruhrpott, schippe Sand drauf.